So, dann machen wir mal weiter mit dem schönen Let's Play, oder, Thomas? Natürlich, wir haben heute sogar einen Sondergast bei uns. Oh ja, oh ja. Was? Seid ihr Pfeifen gerade unten in der Mine? Ja. Ja, ich baue gerade eine schöne Treppe hier. Cool. Und ich fahre gerade cool nach unten. Ja, ja. Und die Treppe sieht sehr aus. Ja, die Treppe endet irgendwie im Lavaschacht. Ja, das hatten wir uns doch ein letztes Mal irgendwie da durchgespringt. Deswegen baue ich die hier gerade ein wenig sicher. Ja. Ja. Ich glaube, das ist die falsche Treppe, von der ihr da redet. Hä? Ne, das ist Redstone. Hä? Also ihr seid... Jetzt bin ich erstmal unten bei dem Boden anklangt. Ich mach hier mal sowas, dann erkennt man die Eingänge schneller. Das ist vielleicht... Noch eine Mine. Seid ihr in der noch eine Mine? Äh, weiß ich nicht wo du bist. Keine Ahnung. Ich seh deinen Namen nicht. Ah, wo haben wir denn hier die Crafting Box? Muss mal hier... Ähm, das ist glaube ich das Falsche. Wir kommen wieder irgendwie in die Hauptmine. Ja, ich auch in der Stunde. Wir sind in der Hauptmine. Ach nein, ich baue mir einfach eine hin. Weißt du wie Schilder gehen? 1, 2, 3, 4. Schilder, ähm, waren das nicht 4 so Dinger, äh, 4 so... Ja, 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 pass. Hier fehlt erstmal Licht. Sing. Nein. Äh, Crafting, Crafting, Crafting. Perfekt. Gib her. Crafting, 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 Crafting. So was nicht. Verdammt! Ach, ihr seid hier irgendwo runter gegangen, oder? Ach, hier hat man uns ja noch irgendwo durchgegraben. Frag mich nicht, wo ich gerade bin. Wo bist du? So, jetzt kann ich dir nämlich nicht antworten. So, ich hab... Ich habe eine Fackel. Zum Holzhaus, ah. Ah, hier haben wir ja mal irgendwann eine Treppe gebaut, stimmt. Da war ja unten mal dieser Zum... Okay für dich. Und Gold, juhu! Das war einmal. Oh, der Herkelstress. Jetzt hab ich keinen Platz im Inventar. Ich liebe Deutsche Land, ich liebe Deutsche Land, ich liebe Deutsche Land, ich liebe Deutsche Land, ich liebe Deutsche Land. Muss ich das kommentieren? Nein. Lass es lieber sein. Muss ich irgendwie so eine Art Haupt-Mine machen. Lachs, crap. Wieso willst du denn da anfangen? Ja, wir sollten... Weil hier sind so viele verschiedene Mineneingänge, die eigentlich so ziemlich jetzt nichts führen. Also hier haben wir zwar eine Treppe hingebaut, aber irgendwie nicht weiter gebaut. Ich glaub... Ey, wir müssen... Wir müssen mal bis ganz runter zu den Begrenzungssteinen graben und dann, ich glaub, 16 Ebenen hoch und da sind die meisten Diamanten und so ein Scheiß. Mir san auf Ebene 29. Also von 0 auf 16. Wir können aber auch gleich aufs Ebene 16 gehen. Ah... Ach hier, sei da bist du! Ich bin grad... Daniel, ich bin grad hier irgendwo unten... Da unten bin ich grad eben lang gelaufen, hab dich nicht gesehen. Ich baue hier mal so eine Art Boden rein. So... Dann noch ein paar bisschen. So... Ist diese Strecke bis hierhin doch unzumutbar, wir sollten eine Eisenbahn bauen. Stimmt. So... Und jetzt... Mach ich... Mach ich... Mach ich... Mach ich den Eingang hier mal wunderschön und dann... Oh man! Ja, ich bin grad ziemlich tief gefallen. Komm mal hoch, guck mal, ich hab einen ganz tollen Eingang gemacht. Ja, den hab ich jetzt grad schon gesehen. Wie soll ich die Mine nennen? Ich hab mal ein paar Schilder bei. Ja, mach mal... Ah, nenn die Mine am besten, ich hab ein paar Schilder bei. Thomas, komm her... Mine, ich hab ein Schilder bei. Hier... Hier rechts... Da... Da, wo keine Fackel ist, Schild hin. Ja, schön. Das ist so fortschrittlich hier. Äh, diese Mine endet irgendwann mal im Nichts. Ich hab ein Schild... Ich hab ein Schild... Hey! Brauchst du Fleisch? Daniel, brauchst du Fleisch? Daniel, brauchst du Fleisch? Nein. Ich hab hier nämlich welches Ball gemacht. Wegen Herzen und so weiter. Wegen Leben. Ich hab grad nen Joghurt gegessen und geschickt. Ich mein, bei deinem Charakter. Ja, weiß ich doch. Hast du noch Herzen genug? Hast du ja mal Kohle dabei? Geil. Eisen, Kohle... Ja, das tun wir nachher alles in die Kiste. Wir haben hier schon letzte Woche 50 Eisen gefunden. Ja, ne. Wir haben hier letzte Woche schon 50 Eisen gefunden. Okay. Die kommen nachher in die Kiste. Die kommen in die Kiste hin. So. Ähm, das ist das spannende Boden. Komm, wir bauen hier einen schönen Raum. Hier kommt der Dark Room rein. Ich baue hier jetzt einfach mal nen langen Weg durch. Ja, Daniel, und hier bauen wir einen Dark Room rein. Geht klar. Für mich und für Thomas. Äh. Ah. Und hier fängt ne Reds an. Komm, Thomas, gibts doch zu. Äh. Natürlich. Äh. Äh. Äh, wo baut ihr denn? Äh, der Daniel grab da irgendwo oben. Gräbt da irgendwo durch. Weil hier, hier war grad alles voll mit Eisen und so. Jetzt nicht mehr irgendwie. Das wird gleich alles voll mit TNT sein. Ich hab nicht noch ein bisschen TNT. Ja. Ich mach da mal kurz was. Ähm. TNT. Hier, haben wir noch 56 Stück. Okay, ich geh zurück. Äh. Oh. Was ist denn das für ein Puff hier ohne? Ja. Das wird ein Dark Room. Ah, da wird jetzt ein bisschen mehr weg sein. Das ist ja Dreck. Ja. Und wie sieht's aus? Ja. Wie... Äh, dunkel. Top. Ja. Machen wir am besten nochmal. Mach's auch mal. Ja. Da. Okay, das war jetzt ein bisschen mehr. Ich würd hier rausgehen. Oh. Die Teile schießen's manchmal irgendwo in irgendeine Richtung, gell? Ja. Ja. Verstehen's. Daniel, brauchst du dich sicher noch vielleicht zum... Beleben? Ich hab nämlich viel dabei. Alter. Das war viel. Ja, brauchst du noch das Leben. Ey. Ich hab nichts dabei. Warte mal. Ich baue mal hier so ne Fackel hin, weil wenn du weiter springst, fliegt die eh wieder weg. Die da hin hängt. Ja, dann mach ich halt mal hier einen. So. Eine Sprengung. Eisen. Ja, toll. Stein hat's gar nicht mitgebutt gemacht. Hier ist nochmal Dark Room. Ähm. Ach, komm weg. Ah. Alter. Komm mal her. Eisen? Ja. Nee. Wir sind nicht. in irgendein Raum. Wahrscheinlich schon von eurer Mine. Nee, der ist noch nicht ausgeleuchtet. Der ist noch nicht von unserer Mine. Ja, in dunklen Räumen passiert erstmal noch nichts. Oh, hier ist ein Unterwassersee. Oh, sehr schön. Und Redstone. Weg hier. Soll wir den Unterwassersee mal vergrößern? Da haben wir nämlich manchmal prekäre Arbeitsboden. Redstone. Ja, Kohle ohne Hände. Ich lebe dich. Bester Strom. Am Anfang haben wir mal Kohle aus Holz hergestellt. Weil wir nicht wussten. Oh, sehr schön. Gold. Hier ist alles da. Ja, Gold. Und Kohle wieder. Oh, maß. Ich laufe mal eben zur Kohle. Äh, zum Gold. Und zur Kohle. Gibt's hier eigentlich auch Öl? Was gibt's hier? Öl? Nee, und Uran gibt's auch nicht. Dabei wäre das eigentlich sinnvolle Erweiterung. Anstatt diesen blöden Redstone. Uran für das Atomkraftwerk. Kohle fürs... Ja, das haben wir ja aktuell. Ah, apropos. Ich könnte wieder auf 1.20 schalten. Wo seid ihr denn hingelaufen? Wir sind, äh, diesen Gang sind wir einfach weitergelaufen. Und dann haben wir irgend so ein, äh, so eine kleine Höhle nach unten gefunden. Aber ich find hier... Ich hab mal das Wasser weggemacht ein bisschen, weil das hat genervt. Das ist Diskriminierung gegen Wasser, das kann nicht nerven. Wo ist es denn? Ach, das hast du zugegraben. Oder? Hä? Ja, das ist ja kaum durchgekommen. Wo war denn das Wasser grad eben mal? Ach, das war hier drunter. Jetzt hast du es komplett zugemacht. Och, Menno. Ach, ja, ja, alles gut. Ne, 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 das war nicht da drunter, warte mal. Wieso? Da war das Gold, da bin ich noch drüber gelatscht. Ne. Das Gold war glaub ich hier und da bin ich hier über den See gehüpft. Ne, das kannst du ja gar nicht alles... Du musst die Quelle kaputt machen. Keine Ahnung, mir egal. Nein. Heißen halt. Zeigen die SR247 diesen Bericht, oder wie? Äh, diesen, diesen InstGin20, äh, Tag danach in Japan oder sowas? Schon wieder. Hab ich ungefähr schon zweimal gesehen. Oh, was ist das für ein Talkroom? Ja, Daniel, geh mal rein. Hey, wir nehmen schon 9 Minuten auf. Ah, Kerl, das ist ja mal ein schöner Darkroom. Hi, 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 da, hi. Thomas? Ey. Daniel, bleib mal da eben drin stehen. Ich sterb gleich. Ja, dann geb ich dir halt mal Fleisch. Warte mal, wo bist du? Da. Naja, Fleisch. Da, vor dir. Hier hast du noch eins. Geh mal her. Wie fress ich denn schon? Ja, vor dir. Rechtsklick drauf, wenn das in der Leistung ist. Ah, ich hab da erst gefürmt. Thomas, seid wir bei dir irgendwie? Herobey, dai sauer. Dann die setzen uns zu. Und das Spiel hängt grad bei mir ein bisschen. Hoi. Ach, du hast Lava gefunden. Die haben wir grad schon irgendwo gesehen. Thomas hat den Stein unter dir wegzugehen. Hoi hoi hoi? Thomas komm mal hoch, ich meister mal Lava. Ich meister mal was lustiges rein. Na, wir nicht dahin. Ja, das ist zu spät. Ich würde da weggehen. Du, lass den Thomas raus. Da hättest du schön. Alter, da ist die Lava. Ja. Ja, ach ne. Die Lava müsste hier auch noch irgendwo sein. Hey, da oben ist Redstone. Ja, schön. Ja, das ist schön. Ja, Redstone haben wir mehr als... Okay, die Lava dachte ich, die finde ich jetzt irgendwie schneller. Man sollte niemals den Stein unter sich weckacken, fällt mir gerade ein. Da hast du allerdings recht, ne? Da unten ist Lava. Thomas, ich würde nochmal weggehen, das sprengt's gleich. Boah. Ja, gut, ihr seid nicht davon. Ja, gut, ihr seid nicht davon. Daniel, du bist dein Arsch. Daniel, du bist dein Arsch. Ja, da müssen wir dich hertilipotieren. Ja, das geht schon. Was ist denn das aus überhaupt? Ja, jetzt bist du da. Da unten liegt dein Zeugs, das muss jetzt einsammeln. Dreh dich mal rum. Viel Spaß. Rum drehen. Ich kann doch nicht, weil mein Map erst geladen wird. Naja, du hast ja so eine schnelle Internetleitung. Weißt du, in der Nähe von Frankfurt wohnen, dem Internetknotenpunkt der Welt und da so DSL 1000 haben. Oder noch schlimmer. Ja, Daniel, ich baue hier gerade irgendwie einen Gang über deine Lava, damit du da deinen Scheiß einsammeln kannst. Ich liebe Deutsche Land. Haben die in Japan auch immer gesungen. Ich liebe Deutsche Land. Ich liebe Deutsche Land. Ah, ein Kreml mit zwei Bergen. Äh, mit zwei Chefs. Voll. Äh. Daniel, dein Zeugs liegt noch hier, gell? So, jetzt. Also, das liegt hier unten, da, wo ich jetzt über die Lava zugebaut habe. Hier, überall. Jetzt habe ich zum Teil was genommen. Hier liegt auch noch irgendwo irgendwelches und da drüben liegt noch irgendwo welches. Ähm. Habe ich irgendwas von dir aufgenommen? Nein. Da liegt noch ein Eimer von dir. Es könnte sein, ja, da liegen nochmal ein Redstone. Wo bist du denn jetzt? Da liegt Redstone und Eimerchen. Und Kohle. Da. Hallo. Hier. Wo ich bin. Da. Hallo. Sag mal, da liegt... Da liegt bei mir nix. Hier, da liegt doch ein Eimerchen. Geh einfach vorbei, dann kriegst du es. Hier, geh mal hier hin. Siehste? Und dann geh mal hier hin. So, nochmal eins rein, ja. Ja, gut. Da ist Redstone und Glaser, egal. Ich habe nichts von dir. Hast du noch Werkzeug? Hast du alles zugebaut? Also ich hätte das jetzt aufgemacht und hätte da Glasdingens hingemacht. Ja, schön. Ähm. Ne, die Lava ist im Arsch. Ne, die Lava ist da schon noch irgendwo da. Ja. Daniel, hast du jetzt Dings? Ähm. Hast du noch Werkzeug? Da ist Lava. Äh, ich habe... Warte. Nein, nur noch ein Schwert. Ich habe noch zwölf Diamanten dabei, dann kann man das mal zusammenbauen. Da ist dieser scheiß Blue-Irgendwas-Stone. Und vielleicht ist es auch Diamanten, ich weiß es nicht. Hier, bauen wir mal eine Crafting-Box. Ja, die wollte ich auch gerade da hinstellen. Ja, ich baue dir mal eben... Äh, ich baue dir mal eben Werkzeug. Ich habe ein Bett. Ich habe noch Diamanten. Jetzt raus, eine Spitzhacke. Hier, da liegt eine Hacke. Ja, jetzt habe ich sie. Da liegt nochmal eine Hacke. Ja, jetzt habe ich sie wieder. Eine Schaufel. Da liegt eine Schaufel und eine Hacke vor mir. Jetzt habe ich sie wieder. Hier, nochmal. Äh. Äh, die Schaufel habe ich. Was brauchst du jetzt noch? Ne, ich habe alles. Ja gut, Stein oder sowas? Ne, habe ich. Kann man abbauen. Ach, ich baue hier ein Glas. Ich baue hier ein Glasboden hin, dann ist es schön hell. Ja. Oh, da sollte ich vielleicht nicht runterhüpfen. Wie kommt man denn hier wieder hoch? Jetzt haben wir den Raum vergrößert. So. Hups. Oh, scheiße. Ja, gut. So, auf.